Es geht weiter mit dem nächsten Skill-Duell. Und wie ihr seht, steht es aktuell 1 zu 1. Und heute gehen die beiden Herren mal auf den Fussballplatz und spielen auf FIFA. Elfmeterschiessen ist angesagt, jeder hat 5 Schiessen, Bruno macht gerade seinen ersten Elfmetern, souverän. Auch der Zweite geht rein, auch ein wenig unerklärlich. Schön unten rechts in das Eck. So, Sandro muss jetzt etwas machen. Schön gemacht von Bruno. Der wäre aber auch haltbar gewesen. Bruno freut sich schon. 5 von 5. Mal schauen, ob Sandro Neisgil auch mithalten kann. Er muss jeden machen. So ist es gelaufen für ihn. Also der erste. Schön, der ist drin. Der zweite. Der geht drüber und es ist eigentlich schon entschieden. Der dritte Schuss. Der Bruno hält. Hier zeigt er auch noch, dass er Goaliefähigkeiten hat. Und auch der hält er ganz easy. Der Sandro ist am Verzweifeln. Jetzt bin ich noch einmal Sandro. Jawohl, der geht rein. Somit geht die Runde an Bruno. Er steht 2 zu 1 im Skill-Duell. 2 zu 1. Im Skill-Duell. 2 zu 1. 2 zu 1.